Zurück zu meiner Runde COD Ja, wahrscheinlich fragen sich jetzt einige Es gibt doch schon COD3, äh, BO3 COD3 gibt's auch schon, aber Ähm, ich mag das futuristisch nicht Unser Clamer-Richter Ja, gerade unser Clamer-Richter Ich hoffe, die kriegen den, der da draußen steht Aber jetzt haben wir gleich ein mächtiges Problem Ich campe jetzt einfach, ist mir jetzt egal Ich war jetzt schon zwei Runden vorher auch hier in der Lobby drin und hier So Und hier sind wirklich nur irgendwelche Abfucker drin von den Gegnern Jetzt, hier kommt die Musik Wie, ach man, alter Und warum spawnen wir nicht mal auf der Seite, wo die Gegner alle stehen, was ist denn das? Wie, ach man, alter Ich komme noch 25, was ist, wie man darf hier Oh, guck mal, Leute Da hat gleich wieder irgendjemand durch die Tür gelatscht Na, pfff, wir rennen wenigstens noch in die Clamer Na, scheiße, ey Ich hasse diese Lobby, ich gehe gleich raus Unsere Drohne, ich dachte grad schon Ey, jetzt wirklich, wo ich komme, dann kriegen sie's hin So, jetzt holen wir sie uns So, jetzt holen wir sie uns Ja, jetzt haben wir sie mal Vorräte, okay Ach, die Drohne ist hier nicht so fast Oh, Blendgranate Verbündete Drohne, was hab ich jetzt, was hat er gesagt? Hab ich gehört Alter, später Jetzt kommt ne feindliche Konterdrohne So ist sie Nur, das fuckt ihn jetzt richtig schön ab Weil ihm die Konterdrohne jetzt quasi gar nichts gebracht hat So, jetzt nehmen wir gleich mal die Abfucker-Klasse Leck mich am Arsch Sorry, mate Jetzt, wenn ich rausgehe, sterbe ich sowieso wieder Na, geil, Alter, wirklich Am besten sind die Leute, die mit dem Messer rumrennen Ich hab sowieso wieder irgendeinen Spaß, die seine Drohne Ich warte nur darauf, dass jetzt gleich wieder kommt, feindliche Drohne nähert sich Niemand Niemand Da ist einer Verbündete Leck mich So Hey Timber So, ich will mal mit einer Klassikspiel, die hab ich noch nie mitgespielt hier mit meinem Sturmgewehr, das hab ich zwar freigeschalten, aber noch nie gespielt Ist doch grad 100 pro einer durchgegangen Alter Dummei, tut echt weh Wie können die da zu zweit sein, in diesem kleinen Ding hier drinnen stehen und den nicht treffen Warte Warte Jetzt stellt sich mir die Frage, wo steht der Er wartet jetzt, wie sowieso das der Hitmarker weg ist Oh Gott, Alter Was ist das geil Als ob der Nazi OG Wirst du Unsere Drohne Ich krieg immer recht in die Anfälle Ist unser Drohbringer, oder? So scheiße, das Sturmgewehr Ja, jetzt bauen sie schon auf der anderen Seite Ja, ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde und tschauuuu